Ja, ich würde sagen, gib mir noch ein bisschen Mana, weil ich brauche gleich einiges an Mana. Danke. War vielleicht nicht die schlauste und taktisch glückste Aktion, denn eigentlich müssen wir einen Stein von oben nach unten schubsen. Ja, der Stein da oben. Wir würden jetzt wieder hochgehen und dahin gehen. Aber, weil wir den Somaria-Stab haben, wie der heißt, ja, so heißt der, Tricksil. So, Frage ist jetzt, ähm, was war hier drüben? Dat Troll! Dat Troll war da drüben, dat Troll. So. Gut, halt, irgendwann war... Okay, das war das nur. Und du hast gar nichts gehabt? Da hab ich auch Jahre lang gebraucht, bis ich das verstanden hab hier. Also, nein, eigentlich als Kind vielleicht. Ja, so, Boss. So. So. Lass doch mal stehen, Junge! Ich bin mir noch nicht sicher, ob das alles war in dem Dungeon, aber wir haben ja ein Item bekommen, also das Wichtigste draus. So, haben wir das auch, danke. Gut, sorry für das bisschen laut werden, verzeiht dies. Es ist dieses Spiel. Gut, hätten wir das. Gut, wir haben das Feuermedalong. Ist das das Spiel jetzt ernst? Gut, was können wir jetzt machen? Uns fehlt die Lampe. Uns fehlt tatsächlich einfach stumpf die Lampe. Wir können 5, 7 nicht machen. Wir können es nicht machen. Wir können unten nicht. Ich finde den Weg da unten nicht. Wir könnten den 5er anschauen. Also den ersten an sich. Bei 5 könnten wir anfangen. Können. Werden wir wahrscheinlich auch müssen. Werden wir wahrscheinlich müssen. Werden wir wahrscheinlich müssen. gut. Ja wie gesagt. Dann machen wir den Palast der Dunkelheit jetzt mal eben. ja Okay, so, Palast der Dinkelheit, ne, der Dinkelheit. Sag mal, bin ich jetzt komplett blöd? Dein Gang ist hier. Also nicht da, sondern hier vorne. Aus dem Weg mit dir, Junge. So, nein, das war immer noch nicht der richtige Weg. Lern ich auch nie in meinem Leben. So. Diese schwarzen Streifen, das fällt mir jetzt erst auf. Weißt du, da hätte ich das Ding auch gleich in einem Feuerbett aufnehmen können. What the fuck? Jetzt echt erst auf. Na, vielleicht. Krieg das noch geregelt. Wenn ihr keine schwarzen Spalten seht, dann bin ich das gewesen. So, hätten wir Ditte. Ditte ist ein Dungeon, der ist easy. Ditte habe ich gerade schon hier verkackt. Gut. Profi. Fangen wir mal links an. An sich easy. So. Man geht jetzt hier wieder zurück, aber das wollen wir ja nicht. Wir wollen nicht runter. Immer runter mit uns. Und ich muss vorsichtig. Ich kann den aber nicht... Wir müssen ihn anfangen. Wir können ihn aber nicht fertig machen. Außer... Wir finden die Fackel hier. Das gleiche zählt aber auch für den Schildkrötenfelsen. Wenn wir in den Dungeons nicht die Fackel finden, haben wir ein Problem. Wie gesagt, ich könnte jetzt so ganz dumm wie so ein kleiner Botti, äh, oder wie so ein kleiner Nappel nachgucken. Würde mich keine Sekunde länger dauern im Leben. Aber wäre ziemlich langweilig, wa? Und da habe ich ja keinen Bock zu. So. Wie gesagt, hier wird es nachher dunkel und da brauche ich nicht lange weiterzumachen. Das weiß ich. Das finde ich nicht. Spannend muss man ein bisschen die Bomben. Achso, was mache ich denn? Ich kann auch einfach... Dumm rumstehen, äh, vor dem Stehen. Ich habe ja ein Spiegerschild. Passiert. Zwei Schaden ist okay. Vollkommen okay. Ähm, genau. Hier kriegen wir einen Schlüssel. Das ist schon mal gut. Dann können wir nämlich am Anfang durch. Dann gibt es hier was. Geht es hier lang. Hier links gibt es nämlich noch eine Truhe. Ich weiß gar nicht, was es rechts gab. Rechts gab es. Frühstück. Ja, Frühstück. So, hier gibt es noch ein Trüchen. Danke. LOL. Das war geil. Das hat wie... Das ist schon wieder so wie der Hammer, Alter. So. Das heißt, den Dungeon machen wir jetzt. Locker, Iso, Warte, fertig. Das ist locker. Wie auch immer ein junger Spund darauf damals... Darauf damals kommen sollte. Ja. Klein Dorjok hat es mich nicht gewusst. Ich nehme jetzt die Schlüssel einfach hierfür, weil wir hier am schnellsten weiterkommen. Ich hoffe, das war kein Fehler. Ich hoffe es. Das könnte gefährlich sein. Hier sind, glaube ich, zwei Truhen. Und hier wäre alles dunkel gewesen. Ich... Ich nehme diesen dann, aber... Äh... Ich... Leute. Das wäre nicht gut geworden. Den Bosch-Schlüssel sogar. Frage ist, was machen wir jetzt? Gehen wir jetzt nach links und holen uns den Bosch-Schlüssel. Nutzen den Bosch-Schlüssel. Ja, ich... Würde ich fast sagen... Ich kam... Ja, schau's drauf. Ist okay so. Hier ist... Sind... Glaube ich irgendwo auch fackeln, aber... Äh... Ne? Schlüssel. Oh nein, Leute! Frage ist... Wenn ich jetzt gleich einen Schlüssel finde, wie verfahre ich mit dem? Dann gehe ich nach links. Oh nein, der kommt schon. Ihr müsst mir viel mehr Schlüssel droppen. Ähm... Oder... Was mache ich mit dem? Ich glaube, ich habe den Schlüssel dumm eingesetzt. Ich glaube es. Ja. Ich habe den Schlüssel total dumm eingesetzt. Ich habe den Schlüssel... Ich habe den Schlüssel hierfür benutzen müssen. Ich habe den Schlüssel... Ich habe den Schlüssel... Ich habe den Schlüssel gedacht, dass du den rausholst und hochgehst und so. Aber das Ding ist... Aber das Ding ist... Ich weiß es nicht. Ich vielleicht... Ist ja... Gnädig... Das Spiel... Ich habe den Schlüssel noch mal kurz. Oh, Jungs. Oh, Jungs. Wir haben ein Problem, glaube ich. Ich glaube es. Ich... Ich meine... Den Tag nicht vor dem Abendlogen, ne? Aber... Oh, die Falle nehme ich mal wieder mit. Äh, weil... Äh... Oh, shit. Okay, warte mal. Wir haben immer noch ein Backup. Komm, wir haben immer noch ein Backup. Wir können immer noch hier rüber. Ja. Ja, wir haben immer noch dieses Backup hier. Was nie funktioniert. Ja, gut. Die habe ich jetzt vergessen. Ja, das... Man... Ich vergesse ich immer wieder, Mann. Ich vergesse ich immer wieder, dass der Gegner sich auch mit mir bewegt. Ups. Ist egal. Ein Pfeilen-Gob. Wenn man da raufkommen sollte. Mal jetzt hier aus dem ersten Dungeon-Set. Ich... Ich... Das sind aber keine... A... 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 Amos... Amos? Amos? Ami? Amos? Keine Ahnung. Ihr wisst, was ich meine. Statuen, oder? Gut. Gut. Hätten wir das. Ja. Aber da gibt es ja noch einen Schlüssel. So, oder? So, oder? Oder? Ne, oder? Ne, oder? Habe ich es jetzt verkackt? Ne, oder? Das kann es jetzt nicht sein, oder? Habe ich jetzt echt... Habe ich kein Backup mehr? Warte mal. Habe ich kein Schlüssel-Backup mehr irgendwo? Ne, mal ehrlich jetzt. Oh man, äh, ist es... Doch, da unten gibt es noch einen. Aber da komme ich doch gar nicht hin. Doch, komme ich. Nein, komme ich nicht. Ach Gott. Ja, doch. Ach, leider. Alles gut. Alles gut. Alles ruhig. Alles ruhig. Alles gut. Alles gut. Puh. Boy. Ich habe gerade echt Welle geschoben. Ja, aber... Ich schiebe Welle. Nein. Ähm, alles gut. Alles gut. Wir kommen hier rüber ganz locker flockig rein. In den Abteil, den ich wollte. Und zwar in den hier. Von dem aus können wir locker weitermachen. Alles gut. Ich war gerade nur ein bisschen, ähm, krank im Kopf. Ja, alles gut. So, Schlüsselung Uno. Dann holen wir uns gleich noch alles da drüben. Ich weiß es nicht. Äh, ich weiß es nicht. Ich gehe jetzt einfach mal runter. Wir haben jetzt Schlüssel-Backup. Okay. Das war eins zu weit. Ich hoffe, ich mache diesen Dungeon gerade irgendwie in irgendeiner Form richtig. Weil, äh, ist halt doch schon, ähm, ne? Weil, erst mal bin ich jetzt wieder hier rein. So. Ich hoffe, das ist richtig so. Bitte, lass mich das, bitte, lass das richtig sein, was ich jetzt hier tue. Weil da drüben ist noch eine Kiste. Und ich hoffe, da kriege ich noch einen Schlüssel. Ähm.